Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss von einem Kunden und da geht die Falle hier irgendwie nicht raus. Alles andere ist in Ordnung. Das war hier alles ein bisschen abgerieben. Gut, dann werde ich erstmal nachgucken. Was ich immer nicht möchte ist, dass der Kunde mir immer alles so schickt hier. Schlüssel, Beschlag, Zylinder. Für mich ist das immer einfacher, wenn ich nur das reine Schloss bekomme. Manchmal kriege ich noch die Drückegarnitur und sowas alles dazu. Ich muss mein Telefon. Die Schrauben alle rausdrehen. Schrauben. Schrauben. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. den zylinder noch mal daraus eine böses gerade ja das ist immer also das ist hier die der boden das ist der boden und den boden aufzumachen also die nieten durchzubohren ist genau das verkehrt ist was man überhaupt machen kann weil ich dann probleme habe das ganze schloss nichts auseinander wieder zusammenzubauen das jetzt am besten ja genau ich mache das erst mal wieder zusammen was die position ist weil dieses hier der deckel ist immer die deckelseite aufgemacht wenn überhaupt und die nieten bitte nicht durchbohren mal das problem immer ist wenn der kunde die nieten durchbohrt das ist immer so die frage ist wie komme ich das wieder heile das heißt also wenn man selber was kaputt macht muss man auch schon im vorfeld wissen naja ist jetzt alles muss hier ist dann immer die frage wenn ich was kaputt mache also wenn ich diese nieten kaputt bohren dann muss ich schon einen plan haben wie bekomme ich das schloss wieder zusammen und wenn ich das nicht weiß dann vorher bevor ich das kaputt mache dann lasse ich das am besten weil wenn ich die nieten durchbohren geht es eben halt nicht mehr weiter so nehme ich mal den schlüssel hier runter na gut geht alles so aus jetzt verstehe ich gerade was nicht und zwar dieses hier die gönner überhaupt nicht so bei dem schloss ist das so dass hier oben noch eine kleine fehler läuft und die würde jetzt praktisch die drücken man könnte theoretisch auch man kann hier keine fehler hinsetzen weil er hier gedrückt wird gut okay ich bin ja der schlosser jetzt ist ja eigentlich so ein bisschen egal was der kunde schickt ist nur für mich das immer so dementsprechend alles mehr aufwand ich würde jetzt hier dass man alles losnehmen und dann dementsprechend eine feder hier machen also hier sind zwei federn drin und die drückt nachher dagegen und dann funktioniert das alles das kann ich nachher mal zeigen okay ich öffne das erst mal eben alles und mache erstmal die feder und gucken ob das alles funktioniert und dann werde ich bei gehen und das wieder so machen dass man das wieder alles zusammenkriegt und hier wie gesagt sind die nieten geburt waren wurden weg geburt worden so soll das aussehen und die fehlen mir jetzt aber ich krieg das wieder zu ist natürlich jetzt noch ein bisschen mehr aufwand ein bisschen mehr aufwand egal kriegen wir alles hin und ich gehe jetzt mal bei ich habe jetzt die feder gebogen da reingesetzt also so eine kleine dünne feder und man kann jetzt sehen dass der jetzt auch automatisch kommt ich muss ihn noch ein bisschen kürzen da ein bisschen verbiegen muss ich gleich mal sehen aber das ist ja alles nicht so ungefähr richtig aber ein bisschen muss ich noch was an der feder machen da aber das ist schon mal so das prinzip wie das läuft und die feder sitzt hier drunter und darunter kommt denn also praktisch noch diese hier oder drüber und dann laufen beide federn praktisch an der nuss hier lang okay so das mache ich jetzt noch mal eben fertig ist also ich kürze jetzt noch mal eben und dann baut das gleich zusammen das schloss habe ich wieder zusammen gesetzt und kann sehen jetzt geht das ganze wieder ja das war es von meiner seite aus dass der schloss wieder reparieren dass sie alle wieder funktioniert mit der feder und ja das war es von meiner seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes projekt